Welcome to the Outdoor Podcast Office, ja wie ihr gesehen habt, der Trailer zum Podcast ist jetzt online, beziehungsweise das, was ihr gesehen hattet, war sozusagen der Teaser zum Trailer, den ich auf Instagram gepostet hatte und der Trailer ist jetzt online und ja, ich würde aber auf keinen Fall reinhören und auf gar keinen Fall abonnieren, egal wo ihr den findet, also zum Beispiel auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer und Co, ja, wisst ihr Bescheid, genau und dann startet er ab Mittwoch und ja, wenn ihr auf Instagram mal guckt, im vorletzten Podcast, da habe ich schon was zum Gast so ein bisschen angeteasert, vielleicht erreicht es ja schon der eine oder andere dann, ja, also weitere Updates dann auf Instagram oder auf den Podcast Plattformen, hier denke ich mal auch hier und da, vielleicht nicht ganz so häufig, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, dass da Podcast mäßig jetzt was wieder geht, also haut rein! Vielen Dank!